Jetzt kommen die Teil 5 Story-Aufträge. Ich bin Iron Man, heißt es. Sechs Phasen, Aufgaben in sechs Phasen. Und als erstes heißt es, rede mit Iron Man über seine Ausrüstung. Machen wir! Und zwar hier, Schalverine schicke ich ins Rennen dafür, für die Quests. Und zwar den klassischen, den braun-gelben. So, da ist unten das Iron Man an der roten Mühle. Ist ja neu, der NPC seit dem Update. Wisst ihr bestimmt schon, ich habe gehört, du veranstaltest eine kleine Party. Was für eine Party wäre das hier, wenn ich dir nicht ein paar Geschenke geben würde? Hey, Tony ist zurück! Meiner Erfahrung nach kann man mit Stark-Technologie Tollgrößen wahnsinniger ausschalten. Und seine Hilfe bedeutet vielleicht auch, dass Hope endlich ihre Heldenrolle annimmt. Manchmal braucht man nichts weiter als einfach nur ein Daumen hoch von Iron Man. Nur aus diesem Grund hängt auch sein Poster über meinem Bett. Nur deshalb. Viel Spaß mit der Stark-Technologie. Brich ihre Herzen, verblüffe sie und schalte Doom aus. Das gibt uns Tony noch mit auf den Weg. Und jetzt sind wir bei Phase 2 auch schon. Durchsuche eines Stark-Industrie-Tool. Hier an den Plattformen ist eigentlich immer eine, so eine rote. Meistens leider schon geöffnet, gleich nach dem Start, weil sie da alle landen. Okay, Phase 3 sagt uns, trifft Gegner mit einer Stark-Waffe aus einer zusammengerechneten Entfernung. Das heißt jetzt, je weiter man vom Gegner weg ist, desto besser. Ja, und Stark-Waffen sind natürlich, ja, zum Beispiel die Handschuhe. Damit treffen. Jetzt muss man erstmal Gegner suchen, ne. Ich bin hier wieder zurück zu die Boomstadt und da rennt schon einer. Also das sind, da werden die Meter zusammengezählt. 100 Meter habe ich jetzt. Und da rennt noch weiter, okay. Ja, das ist jetzt platt. Okay, hat mir 155 Meter gegeben. Distanz zum Ziel. Jetzt kommen nochmal zwei hier. Das sind 215 Meter. Hey, nicht jetzt abhauen. Jetzt sind wir um die Ecke geblieben. So, bleibt mal hier. Ja, ich bin aber ziemlich dicht. Ach, Mist, zu dicht. 406 Meter. Ich brauche noch knappe 100. Aber auch das sind Gegner hier. Zum Beispiel Mysterio ist doch auch ein Gegner. Ja, und hab schon. Hab schon erledigt. Phase 4. Fliege mit Iron Mans Flug-Equipment über Castle Doom. Dafür brauche ich das Flug-Equipment erstmal. Oh Mann. Das kriegt man entweder aus so einer Stark-Tour. So einer roten. Oder aus den Kapseln. Die Dinger habt ihr bestimmt auch schon gesehen, ne. Die landen jetzt so langsam dann auf der Map. Ein paar Stück. Ich weiß nicht, zwei, drei irgendwie. Aber nur auf den Plattformen. Da hat sich einer angekündigt. Das sieht man an dem Symbol auch. Dass da eine runterkommt. Jetzt der Schatten. Und boah, da landet das Ding. Werden die Landearme ausgefahren. Voll cool, ne. Aber sie wird leider von der Seite geschossen. Aber der Reifen ist platt. Achso, und sie stößt ab beim Landen. Mein Auto wird regelrecht zurückgeworfen. Krass. Ja, okay, sie ist gelandet. Und ich bin auf der Rückseite. Sehr toll. Auf der anderen Seite ist die Tür, wo der Gegner ist. Ey, Mann, Junge. Wie, ich brauch die... Ich brauch die Stiefel von Iron Man, um zu fliegen. Für meine Aufgabe. Mehr nicht. Eigentlich will ich dir gar nichts tun. Aber du bist da auch ran, ne. Ja, tut mir leid. So, hier ist jetzt eine Konsole. Und zwei Ärmchen. Wenn ich die aktiviere. Rüstung nehmen. Dann kommen zwei Teile raus. Handschuhe und Stiefel. Handschuhe habe ich schon. Stiefel nehme ich jetzt. So, und damit soll ich jetzt über Castle Doom fliegen. Okay, markieren wir. Castle Doom mal. Na, ganz schön weit weg. Ui, 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 ui. Über 500 Meter. Na, das wird eine Reise. So, jetzt habe ich es erreicht. Jetzt zählen die Meter da oben zusammen. 300 Meter müssen es ja sein. Ich habe jetzt 100. Werd auch fleißig beschossen. Toll. Zählt auf was anderes. Zählt auf die Sterne. So, jetzt... Oh, was für ein Durchbruch. Durchs Dach. Jetzt ist leider... Ja, ist der Sprit ausgegangen. Sozusagen. Ja, die Energie ist weg. Ich habe 241 Meter geschafft. Fehlen also noch 59. Und ich muss jetzt ein paar Sekunden warten. 3, 2, 1. Bis die wieder bereit sind, die Stiefel. Und wenn ich die 300 Meter geschafft habe, dann kommt noch ein Dialog zwischen Jones und Hope. Ich empfange hier ein starkes Signal von den Riss-Rekalibrierern. Ja, Toni hat mir was gegeben, mit dem wir immer ausschalten können. Darf ich mich dir mal ganz kurz verletzlich zeigen? Bitte nicht. Als die hohe Gesellschaft Charlie entführt hatte, hatte ich nur Rache im Sinn. Zu sehen, wie du dich immer wieder für Gerechtigkeit eingesetzt hast, das half mir dabei, mein wahres Ich wiederzufinden. Lass mich raten. Den charismatischen Mentor, der sehr weise ist? Genau! Du verstehst mich. Siehst du? Darum sind wir so ein gutes Team. Das ist typisch Jones, ne? Der Mentor der Weise. Haha. Also, die nächste Phase. Phase 5. Zerstöre Objekte mit Ironmans Kampfequipment oder mit War Machines Arsenal. 25 Objekte. Die gehe ich jetzt dann auch hier mit den Handschuhen an. Mit dem Kampfequipment von Ironmans. Ja, auch kleinteilig meinetwegen. Mal benutze ich den Impulsor, mal den Unibeam. Der Unibeam, der macht natürlich viel mehr Schaden. Wenn der reinhaut, haut der gleich ein paar Objekte kaputt als der Impulsor hier, wo ich so kleine Sachen wie das Sofa hier. Ups. Aber da habe ich 25. Geht auch schnell. So, letzte Phase. Füge Fahrzeugen Schaden mit Ironmans Unibeam zu. Während du fliegst, also 180 Schadenspunkte an deinem Fahrzeug, ich muss mit den Schuhen fliegen und die Handschuhe muss ich auch haben. Das ist Voraussetzung, sonst funktioniert das im Fliegen nicht. Der Unibeam. Und ja, hier bei der Bergwacht war jetzt kein Wagen. Mein langer Flug auf der Suche nach einem Wagen. Hier steht eigentlich auf dem Parkplatz manchmal auch einer von Reckless Railways. Tut's nicht. Vor dem Bahnhof steht auch nix. Mann, jetzt meine einzige Hoffnung noch hier bei dem Autoverkaufshaus. Da standen immer so ein paar SUVs. Da steht einer ein bisschen lädiert, aber egal. Das macht wirklich glücklich. Wie sieht's aus? Nehmen wir uns jetzt immer vor? Schon sehr bald. Ich will erst für alles gewappnet sein. Oh, ich erinnere mich noch daran, wie ich auch mal so war. Wie die Zeit vergeht. Ich weiß nicht, was ich hier tue, aber ich gebe mein Bestes dabei. Ich esse die Klambeeren, sozusagen. Ich bin stolz auf dich. Ernsthaft. Danke, Jones. Also das hört sich doch so an, als ob in der nächsten Storyline dann die Emma Frost dran ist, die wir ausschalten werden. Nochmal einen Blick in die Aufträge reinwerfen jetzt hier am Ende. Und da stehen nur noch die Fundaufträge. Und Teil 6. Fundaufträge sind geheim. Mache ich ein extra Video dazu. Seid gespannt. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.